Okay. Vase. Vase, Vase, Vase. Vor meiner Nase. So, wo geht's jetzt hier wieder? Nur damit ihr Bescheid wisst, ich hatte eine Pause, ne? Nach dieser Folge. Da hatten wir die Musik gehört. Wo muss ich jetzt hin? Da unten war die Allee, ne? Und jetzt sind die Bewohner auch alle wieder draußen. Hier geht's runter. Mich erst wieder orientieren. Hier ist Sackgasse und hier komme ich nirgends weiter, ne? Oh, das ist mir mal eine coole Tür. So, und das war... Gut, kann ich nicht mehr... Was ist hier eigentlich? Kann ich da runter schauen? Ne. Vase! Okay, hat sich gelohnt. So, zurück geht's. Hier war... Ah, Straßenlatern-Terminal. Das war aber, wenn ich nachschaue... Fultenallee, ne? Und da ist das Straßenlatern-Terminal irgendwo. Ah, hier sind wir. Hier ist, äh, der... Die Abzweigung. Das Schild. Gut. Muss ich aber nicht hin. Sondern, wir gehen wieder da lang. Vase. Wir sind die wahren Vasenmeister. Das ist alles so cool aus. So, jetzt müsste ich aber wieder auf dem Platz sein, ne? Oh. W-w-w-was? Ja, ich hab Nishka gesehen. Sie war ein wenig durcheinander. Äh, um es... ...nett auszudrücken. So, hier ist die Nebenquest. Das war... If I could see her again... ...ah, Regional Dovio. That's all. Mid-Silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. Das ist wahr. So, und, äh... Wir lesen mal nochmal nach. Diese Geschichten hab ich nie gelesen. Die sind bestimmt auch sehr interessant. Suche Kreta auf. Von... Ja. In der gleißenden Sonne von Dreid stand eine mysteriöse alte Glocke. Daneben stand ein etwas weniger mysteriöser alter Mann. Reginaldovio. Ein entfernter Verwandter der kriegerischen Trillinge. Er dachte an Kreta Ringer, seine lange verschollene Cousine. Er würde sich erkenntlich zeigen, wenn Eveneer seine Grüße übermitteln würde. Vielleicht feierte sie gerade mit dem Herzog im Norden im Nebelschwadengarten. Nebelschwadengarten. Das ist, äh... Hier ist die Glocke wieder. Nishka? You, I remember you. We have spoken before. Ja? Ja, äh... Es war heute, Nishka. Wir haben uns über den König unterhalten. Erinnerst du dich? No, I don't... I don't remember much and... I'm sorry, what did you want? Äh... Wie hat dieser Krieg begonnen? Oh. With the children. The three children. They... They... Well... Something happened. Ja, äh... Okay. Hat einer der Trillinge den König ermordet? There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard and I ran to look and... He was supposed to be sleeping, but... But... Heh, 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 heh... Ähm, du hast so viel verloren. Ich bin sorry, ich habe nur... Es war so ein Scham, so ein... Ich bin sorry, ich habe vergessen, was wir darüber gesprochen haben. Hallo, ich weiß dich nicht. Ja, tschüss. Fällt dir etwas ein, das... Hatten wir das nicht alles schon? Die Kinder des Königs, so schöne Kinder. Sie sind in so wunderbarer jungen Männern und Frauen. Der Duke, die Baroness und der Count. Das ist so ein Scham. Die ganze Royal Court war so... Die Court war so... Ich bin sorry, ich... Ich bin nicht so gut. Oh, das ist sehr schön. Du bist ein schönes Junge. Die Kinder des Königs. Such schönes Mädchen. Er ist paranoid, capriches und furchtbar. Aber seine Herz ist in der richtigen Stelle. Er hat mich einmal versucht, um ihn zu verabschieden. Nur weil ich versucht, ihn zu verabschieden. Erzähl mir etwas über die Baroness. Erzähl mir etwas über den Herzog. Ich würde ihn nicht sagen, er ist ein Glutton für Leben. Er ist mehr von einem Bon Vivant. Er liebt alles die finer Dinge. Er ist Baroque, decadent. Du kannst sagen, spoilt. Aber ich würde sagen, er ist wirklich mehr... ...cultured. Er hat mich einmal gesagt, er war er, Ich würde aber gerne etwas. Oh, das ist sehr schön. Danke. Ähm, kannst du mir mehr über die Trilling erzählen? Die Kinder des Königs. Suche beieutöne Kinder. Sie wachsen in so wunderbarer jungen Männern und Frauen. Der Duke, die Baroness und der Kanz. Suche ein Gift. Das ganze Royal Court war so... ...the Court war so... Ho, 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 ich würde gerne... ...bitte... ...ich komme... ...fällt dir etwas ein, das diesen Krieg beenden könnte? Ich bin sorry. Ich bin Angst, dass ich heute nicht so gut erinnern kann, wie ich es damals war. Ich habe Momente, in denen ich Dinge so klar sehen kann. Und dann... ...puff. Aber es gab Zeiten, in denen ein Objekt mich an Dinge erinnert. ...ein wichtiges Artefakt, das mich an einer Person oder einem Event erinnert hat. Das könnte alles zurückbringen. Können Sie diese Objekte für mich finden? Einer für jedes Triplet. Das könnte alles zurückbringen. Oh, und wenn Sie die Mörderwebte finden könnten, die den König töten, dann könnte ich das auch erinnern. Ich fühle mich sicher. Okay. Würden dir die Gegenstände dabei helfen, dich zu erinnern, wer den König ermordet hat? Ich bringe dir die vier Gegenstände, Nishka. Das Plattform, mich zu erinnern. Ich sollte mich warnen, dass ich die Gehäuern über etwas... Ich sollte mich sagen, etwas sehr, sehr, sehr wichtiges. Oh, well, it's probably fine and we should all stop worrying about it. It's funny. Your little friend... Ah, yes. He's working with power, isn't he? The power to reshape the world. Ready to blow! Just wait, Robin. What are we talking about again? Ah, okay. Ja. Also, das war's. Aber wenn ich da jetzt würfle, komme ich dann weiter. Ich möchte hier nicht runter. Ich habe noch Nebenaufgaben. Hier ist die Glocke und hier gehen noch zwei andere Wege. Waren wir da schon? Hier kann man Dicey nochmal reinschicken. Und das ist dann... Wir bekommen halt nie angezeigt, wo wir sind, ne? Das nervt mich ein wenig. So. Egal. Wird schon alles schiefgehen. Wir würfeln. Da war ein Unterschied. Das ist schon cool gemacht. Ah, und jetzt verschwindet der Wächter. Bestimmt. War so. Aha. Der Graf. Einer der Geschwister. So, Marktplatz von Dreher. Die Schwerterbrücken. Ja, da müssen wir wohl hin. Schützengräben. Hallo. Ja. Sehr schön. Heißt Tutsi Teestund? Hey, we don't choose our names, our parents did. Oh, well, the Nanny Fortuna renamed me after my, uh, well, previous master was murdered. I hear she likes tea. Every day I watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day. The only thing I can't predict are the roles of the Queen's Dark Dice. But everything else I know. Wie lautet dein Geheimnis? Observation, my dear girl. Which leads to knowledge. Knowledge to coin a phrase is power. I just invented that saying right now. Here, let me give you an example. Every day the dice is rolled. And every day one of the Colossuses moves. Das ist mir schon aufgefallen. Everyone noticed. But what everyone else has failed to notice, is how the winning Colossus brings most of the robots he commands with it. And that leaves the area behind safer to traverse. Do any of the Triples use this information? Perhaps attacking from behind on the day the dice favours them? No. Only I see it here. Mhm. Willst du es der Baroness erzählen? By the order of Nanny Fortuna, I am not to work for either of them. Although I would be interested in learning more about the Triples for observational purposes only. Well, you watch. If you meet them, come back here and describe them to me. There'd be a reward in it for you. Mal sehen. Filmleicht werde ich das. Bis dann tut sie. Triff die Baroness. Und er steht wieder am Weg. Kennen wir ja schon. Sagst du diesmal was anderes? Hm, ich bleibe einfach hier. Ja, ja. Ist okay. Base. Wo geht's hier hin? Wo geht's? Oh, oh. Äh. Ja. Okay. Hab verstanden. Gefährlich. Gefährlich. Gebiet des Grafen. Jemand hat in deinem Ruhe in deinem Kastel, deine Graf. Ha, ich versuche, es muss sein, meine blöde Frau, die Baroness. Oder mein schlau-schlau-bruder, der denkt, dass er so viel besser ist als ich. Hm, sie senden ihre Assassins, um mich in meinem Schlaf zu spüren. Aber dieser Kamp ist wunderschön und bereit für dich. Hörst du das Assassins? Das sieht ja witzig aus. Hallo, Manny. Oh, Bits sind weg, wenn du eine Karte mit einem kleinen Mann-Mann-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix-Dix. Äh, kann es sein, dass du die Augen vor der Wahrheit verschließt? Äh, okay. Okay, äh, whatever you say. Seltsamer Genosse. Los, Dicey. Bring mir die Kartenpunkte. Kartencredits. Genau, wir nennen es jetzt Kartencredits. Hm, ist das da hinten? Da ist sein, äh, Thron, seine Ru... Sein, ja, seine Ruine, sein Ruin-Thron. Cool aus, ne? So neblig hier. Wow. Musik ist auch immer. Oh, was ist das? Ah, das sind die kleinen Viecher. Ah, das sind die Wachen des Grafs. Gegen die muss ich natürlich... Ah, okay. Ich sehe schon, was hier passiert. Okay, dann spielen wir mal mit. Da kommt... Was macht der hier? Oh. Aha, vorbei. Upsi. Das ist halt mies, ne? Was da jetzt immer zu ist dann. Okay, der hat eine sehr hohe Reichweite, aber... ...danach nicht... ...lange nicht bewegungsfähig. Wirf Q. So, was setzen wir ein? Ähm, Gesundheits-Elixier. Nein. Zweierhammer. Ja, der ist... Brauchen wir es umarmen. Ähm... Ja, komm. Können wir uns... Ne, der 3 Hammer kostet 3. So. Den nehme ich. Und... Los geht's. Oh. Und nochmal. Oh, das ging doch ratzfatz. Mit dem Hammer. Oh. Okay, der wechselt nochmal. Am Schluss. Die Richtung. Ich muss drauf achten. Ist aber auch sehr leicht zu besiegen. Ich finde den einfacher als die anderen. So, und du? Mehr? Ja, komm. Ah, der Hammer ist auch sehr gut für die. Wenn wir uns richtig teilen. So, aber wir haben nichts mehr. Also wirf! Das werden wir als nächstes spielen. Dreierschwert. Ähm. Kann ich wieder den Hammer haben, bitte? Anscheinend nicht. Ähm. Hätte ich gar nicht. Naja. Die Hand hätte ich gerne. Kann ich die auch hinter? Ne, kann ich nicht dahinter platzieren. Schade. Gut, dann setze ich die so. Dann der Geist von 3 statt. Ja, ah. Das Schwert möchte ich haben. Ähm. Glücklich Sension. Ja, komm. Warum nicht? So. Und das war's. Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich treffen? Ne. Ah. Das ist aber schade. Dann halt so. Ähm. Hallo? Drücke Doree. Jetzt geht's. Er wollte nicht. So, ich kann die Kristalle schon mal runterschießen. Und dann schicke ich Dicey einfach darüber. Ähm. Wo bist du? Ah, da hinten läuft er rum. Ähm. Okay. So. Hahaha. Ziemlich schwierig. So war das nicht geplant. Uiuiui. Er hat aber schnell zugeschlagen. So, wieder ein volles Blatt. Dicey, geh da mal bitte wieder drauf. Ähm. Ganz schön gewöhnungsbedürftig. So, und jetzt werfen. Was haben wir denn? Äh. Schnellziehung. Jeder Kristall hat einen Hörnwert. Ja, das weiß ich ja. Die. Oh, die Bombe. Ja. Bitte. So. Platzier die hier. Das müsste genau. Das müsste super sein. Zieh eine neue Karte. So. Egal. So, ich habe aber auch nichts mehr. Also schieben wir die Bombe. Haha. Das hat gesessen. Ja, komm. Steht auf. So, Dicey. Du musst wieder auf dein Feld. Bleiben aber lange liegen. Kein Bull, weh getan zu haben. Oh, der ist sauer. Leicht sauer. So, das Blöde ist jetzt nur. Komm, Dicey. Sehr schön. Und wirf. Man sich erstmal dran gewöhnen mit den Zäunen hier. So, Omas Umarmung. Brauchen wir noch nicht. Äh. Zuerst mal den High Five. Und zwar hier hin. So, und das war es schon wieder. Denn wir haben schlecht gewürfelt. Also. Den hätte ich gerne aus dem Spiel raus. Hat nicht gereicht. Okay, egal. Das gibt uns Zeit, da drauf zu hauen. Okay, das läuft doch gut gerade. Oh. Früh gesagt. Komm her. Oh, das Schwert. Das Schwert ist alle. So, und naja, wo? Ähm. Ich würde wieder die Form benehmen, oder? Ne, das Dreier Schwert. Kann ich im Moment mehr mit anfangen. Und. Ne, let's see you. So. Und zack. Ja, kommt. Kommt, kommt, kommt. Ja, das mit dem. Na, okay. Das wird doch nicht so einfach wie ich dachte. Mit dem Hammer war es deutlich einfacher. Ist nämlich das blöde Fliegepie da immer. Dabei. Die in Kombination ist halt schon echt eklig. Muss ich gerade feststellen. Und das Schwert reicht gerade mal für ein. Okay, kommt. Ich muss sich ja richtig konzentrieren hier. Von dem Spiel jetzt nicht erwartet. Okay, ich muss. Ich muss das anscheinend anders machen. Wozu gibt es denn die Würfel? So. Sonst schaffen wir das nicht. Ähm. So, Lebenselixier. Ja, ja, bitte. Jetzt kann ich es gebrauchen. Und was Umarmung kostet ja nichts. Nehme ich. Und das Dreierschwert aufladen. Okay. Ah, den will ich endlich weg haben. So. Okay, ein bisschen mehr Ruhe jetzt. Jetzt habe ich ihn getroffen. So. Der zweite Schlag ist es, ne? Ne, der dritte. Okay, komm her. Komm, dann nerf mir. So. Hive. Na? Jetzt die Kamera. Oh, Spielleiter brauchen wir nicht. Durch den Segen gehalten wir. Wir müssen hier in der Karte nehmen. Ne. 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 Der High Five hat gesessen. Ah, so kann ich ihn auch treffen. Okay. Na, komm. Wer? Die schreiben wir auch noch. Ist der letzte, oder? So, du Graf. Okay, das war das Schwierige als die anderen Kämpfe. Ah, du bist hier, um mich zu töten, nicht wahr? Natürlich. Ich will nur helfen, du Dirmel. Hilf mir, zu sterben. Nice. Ich will dabei helfen, diesen Krieg zu beenden. War. Hast du ever marched out into a battle, little girl? Was glaubst du, wo ich gerade herkomme? Sehr schön für dich. Sehr beeindruckend. Sein Gesicht. Das ist mein Plan. Graf, ich bin nur ein Kind. Wenn ich verspreche, dich nicht zu ermorden, erzählst du mir dann, wie ich diesen Krieg beenden kann? Brauchst du irgendetwas? Sag mir, was los ist und ich schaue, ob ich helfen kann. Mein Körper ist tot. Die Krieg geht peorlich. Und dann geht es gut und dann peorlich wieder. Und auf der Seite, Count Schmue wurde jemals verabschiedet. Wer ist Schmue? Der Krieg läuft. Wer ist Graf Schmue? Der dritte, der Name, ja. Er wurde von mir von der wischenden Baroness, meine Schmue verabschiedet. Schmue ist wie ein Sonn zu mir. Und ich konnte nicht, seit er aufgenommen wurde. Geh das für mich und ich werde... Hm, deine Leibwichterin ist tot? Nishka war auch deine Leibwichterin? Hm, das ist seltsam. Weißt du, was mit der Tatwaffe passiert ist? Äh, nein? Das war einfach. Ähm, deine Leibwichterin Nishka lebt, besuchst du sie mit mir? Okay, also dann. Also, das ist das Problem. Find meine Plushie und ich gebe dir, ähm... Er braucht sein Plushie, um zu schlafen. Oh, das ist so herrlich. Etwas, das bei Nishka eine Erinnerung auslösen könnte. Hm, well, ich weiß nicht, was ich so gesehen habe. Oh, aber ich habe einen Finger, die von der Szene des Krieges des Mörders von meinem Vater. Mörder. Tis yours, if you recover Schmoo for me. Deal? Okay, deal. Ja, wir sind sehr mutig. Okay, das ist richtig. Ja, das habe ich schon gesehen. Also, ich fand ihn witzig. Schade, dass die nicht so vertont sind wie die Nishka oder so. Ich dachte, alle im Hochwettenhafen lieben ihn. Ich würde seinen Schatten abschneiden ließen. Was weißt du noch über den Grafen? Vielleicht sollte ich diese, äh, Sachen vorlesen. Wenn da keine Vertonung mit bei ist. Ansonsten weiß ich nicht, wie lange ihr braucht, um das zu lesen. Ich darf nochmal würfeln und dann bewegt er sich auch wieder. Da hinten ist eine Vase. Ah, sehr schön. Okay, was ist, äh, gibt es hier noch was? Hier, da so. Kam ich da her? Hier ist, äh, okay, nichts. Für mich sieht hier im Moment alles gleich aus. Passt alles. Ne, von da hinten kamen wir. Okay. Da kamen wir her. Da kann man würfeln. Zunächst mal so oben bei einer Nishka. Und hier kann man auch nochmal würfeln. So, also wir müssen jetzt Schmuh finden. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ciao.